Kennst du das? Du hast volle oder zu schmutzige Hände, um deinen Wildkühlschrank zu öffnen? Dann wird unser neuer Fußtüröffner dein bester Freund. Super einfach und schnell montiert, kannst du zukünftig deinen Wildkühlschrank ohne Hände problemlos öffnen. Aber Achtung, nur für die Modelle LO7000, LO9000 und für den Tiefkühlschrank LT7500. Übrigens, solltest du mal nichts im Wildkühlschrank haben oder ihn einfach nur belüften wollen, so kannst du den Fußtüröffner einfach einrasten und die Luft kann zirkulieren. Wie du siehst, super praktisch!